Was geht ab? Was geht ab? Ich liebe den Geruch vom Asphalt. Und zwar habe ich mal... Ich habe ein duales Studium gemacht, Bauingenieurswesen. Und dort musste ich dann im Ausbildungsteil... Habe ich Straßenbaulehrer... Straßenbaulehrer, what the fuck, him! Habe ich Straßenbauer gelernt. Genau. Und wir haben die A4 gebaut. Das Stück, was nach Kerpen anfängt. Kerpen Richtung Aachen. Das ist jetzt... Also wenn ihr mal drüber fahrt, das ist einfach das Neue. Da war ich dabei. Beziehungsweise ich habe da echt viel gemacht. Und als der Asphalt gelegt wurde, es sind ja mehrere Schichten. Beziehungsweise man muss ja vorarbeiten. Dann kommt eine Asphaltschicht, bla bla. Regenschutz und so weiter. Und dann stand ich halt... Also es gibt diese... Es kommen krasse LKWs an. Die haben so 40 Tonnen Asphalt geladen. Und die werden dann in die Asphaltiermaschine reingekippt so. Der LKW fährt vorne. Vielleicht kann ich mal ein Bild einblenden. Der LKW fährt vorne und gibt kontinuierlich Asphalt irgendwie in diese Asphaltmaschine rein. Und der Asphalt ist 100 Grad heiß. Oder warm. Und es war Sommer. Es waren 35 Grad etwa. Oder 30 Grad. Aber 35 Grad, weil wir in so einer... Weil das ja eine Autobahn ist, war das in so einer Kuhle drin. Also rechts und links war quasi wie so ein Damm. Dadurch wurde es viel heißer. Dann... Der ganze Boden ist schwarz. Schwarzer Asphalt. Das zieht nochmal die Wärme an. Das war also über dem Asphalt mindestens 40 Grad. Und dann kam halt der 100 Grad heiße Asphalt. Und ungelogen, ich habe 6 Liter getrunken an diesem Tag. Also ich war hinter dem Asphalt... Asphaltier... Hinter der Asphaltiermaschine. Und musste dann immer den frischen Asphalt direkt wieder rausschaufeln. Aus zum Beispiel Regenrinnen und... Genau so Regenabflüsse. Also so Gullis. Da musste ich dann quasi den Asphalt direkt rausschaufeln. Und hinter mir dann kamen... Die Planierwalzen und haben alles glatt gemacht. Naja... Also es ist so wie hier etwa gewesen. Nur dass dann da quasi ein Regengulli war. Also alle 25 Meter oder alle 50 Meter. So wie hier. Und das Teil... Überdings halt das Loch. Über... Überschüttet halt das Loch. Und ich durfte dann da hin. Mit der Schippe. Und diese... Diesen Asphalt da wieder rauskippen. Äh rausholen. Ja es war übelst die scheiß Arbeit. Es waren so circa 60 Grad oder 70 Grad direkt da drüber. Es war dauerhaft Sauna. 6 Liter getrunken. Mehr muss man glaube ich gar nicht sagen. Und ich habe 6 Liter getrunken und war nicht einmal pinkeln. Das sollte man vielleicht dazu erwähnen. Also es war echt heavy. Aber eine geile Erfahrung. Also es hat echt Spaß gemacht. Ja... Studium habe ich nicht zu Ende gemacht. What the fuck? Was ist mit diesen Leuten da los? Es sieht so aus, als wäre dieser Mann... ...im Plakat gefangen. Achso ne, der hat nur so einen Ständer. Alles klar. Ich dachte schon, der ist irgendwie so eingeklebt. Mit einem Plakat um seinen Körper. Was habe ich das letzte Mal gesagt? Ja genau, wir fahren lieber rechts. Weil rechts geht schneller. Ja genau. Damn. 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 Mit einem Dab. Nicht übel. Nicht übel, Jungs. Der Moment, an dem du realisierst, dass 10-jährige mehr Swag kam als du. Dominos! Ich weiß gar nicht, warum ich immer Domino's Pizza so hype. Ich habe da noch nie gegessen. Ich habe da noch nie gegessen. Man kennt das. Man kennt den Namen. Vor allem hier... Groß aus Amerika. Aber ich habe da noch nie gegessen. Und ich werde da wahrscheinlich auch nie essen. Aber... Dominos! Only Domino's! So. Auf meinem Weg. Angekommen bei Traubemünze. Mein Nacko ist genau kurz davor abgekackt. Maserati. Nicht übel. Was geht ab? Was geht ab? Ah! Uh! Wie geht's dir? Ja, ja, ja. Läuft die Kamera? Ah, ja. Zwillig. Nein? Nein? Alles klar, dicker. Danke, ne? Wir sehen uns. Ich komme mal wieder rum Shishan. Mach's gut, man. Ciao. Noch ein bisschen Shisha geraucht. Geiler Laden. Kann man nur empfehlen. Fuck, wie komme ich jetzt hier runter? Also Leute, besucht mein Komponiat bei Traubemünze. Extrem guter Service. Extrem geile Shishan. Extrem geiler Tabak. Grüßt ihn von mir. Sagt, Cover Queue war da. Ich komme von Cover Queue und dann macht er euch einen Sonderrabatt. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es trotzdem mal erwähnt. Sorry Niyat. Jetzt bewege ich mich eigentlich nur noch nach Hause. Und dann Feierabend. Oh, ich habe den Airbag gar nicht dran. Fällt mir gerade ein. Auf. Ampel, wer droht. Safety first. Night Raider. 125er. Niggite. Schlägt. 25. Fütaboy! Na ja, mit der leichten 125er Heizfilter natürlich einfach. Guten Tag. Guten Tag.